Wieder da, fest davon überzeugt, dass wir jetzt so plätten. Der muss jetzt nur fehlschlagen. Ich glaube, hier bin ich sicher. Sieht nicht gut aus, ich bin ganz ehrlich. Ich kann nicht optimistisch sein. Den Dingern weiche ich jetzt einfach nur aus. Ich kümmere mich erstmal um die Ärmelis. Obwohl, ein Schuss kann nicht schaden. Obwohl, jetzt ist es zu spät. So, schnell richtig laufen. Ärmelin Nummer 1. Ich hoffe, das wird diesmal was. Sieht schon scheiße aus, finde ich. Das wird nichts. Der trifft uns. Der trifft uns sowas von. Nein, er geht in die andere Richtung. Was für ein Glück. Und er war zu früh. Trifft er? Ja, er trifft. Und die nächste Waffe leer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, falsche Waffe. Ja, den Treffer kann ich mir auch schon mal abschmelden. Schlag. Perfekt. Ein Treffer. Auch wenn es nur einer ist. Es ist ein Treffer. Und der zählt. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, der trifft nicht. Der wäre jetzt da. Und der Ding ist zu. Schlag. 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 Ah, das ist doch scheiße. Was haben wir noch an Munition? Ripper Kling. 3, 4, 5. Ich liebe Ripper Kling. Wie geil ist das denn? Der Riesen-After ist besiegt. Boah, ja. Endlich. Boah. Das ist das dritte oder viertel Video, glaube ich, dass ich an dem hänge und er ist tot. Hey, Rick. Du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoff-Sättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absechsen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür behalten darf. Ah, ich bin so glücklich. Ihr glaubt es gar nicht. Das ist viel besser als Schokolade gerade. Boah, du hässliches Arnus-Ding. So, wir gucken uns jetzt mal um, was wir alles verpasst haben, womit wir den Kampf hätten gewinnen können. Hier muss doch irgendwo Munition rumliegen. Das gibt es doch gar nicht. Nicht mal eine Belohnung für das Drecksteil. Kann man da reinspringen? Nein, kann man nicht. Schade. So, da liegt nur ein Kopf. Da liegt Kotze. Da liegt ein Bein. Ähm. Ah, so hätten wir den scheiß Tentakeln ausweichen können. Wieso komme ich jetzt erst auf sowas? Vermindertes Denken während Endgegnern. Oh, was haben wir hier? Medipack groß. Sowas finde ich jetzt. Da können wir nicht rauf. Da ist nix. Da ist auch nix. Es ist doch scheiße. Hier ist nix weiter. Huuu. Eins. Wir haben hier nichts mehr Munition. Wir sind arm. Bleib offen. Scheiß Tür. Und jetzt kommen bestimmt wieder tausend Gegner. Als Rache, dass ich hier zehn Tonnen Vieh besiegt habe. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe. Habitatswandler, haben sie erzählt, die benutzen altes Gewebe, um Neues zu erschaffen. Die müssten doch jetzt das ganze Vieh wieder nehmen können und einfach Neues machen können. Das ist doch sowas von schwachsinnig. So. Sie ergeben jetzt wieder Geld aus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Damit ich wenigstens ein bisschen habe, womit ich kontern kann. Ja. Ja. So. Ich laufe jetzt noch zum Kapitel Endpunkt. Und dort ist Ende für heute. Das sind acht Videos, glaube ich. Damit ist dafür, dass ich morgen keine machen kann, vier neue. Finde ich fair. Müsst ihr euch ein bisschen zügeln mit dem Gucken. Aber wenn ich das im achten Video sage, bringt euch das herzlich wenig. Von daher mal Entschuldigung. Hm, wo sind wir? Ah, hier mit dem scheiß Erschrecken. Boah. So, ich bin mir gerade am überlegen, in den nächsten Aufzügen könnte ich doch theoretisch pausieren und unten wieder anfangen. Das wird zeitspannend. Aber das habe ich direkt wieder verworfen, während ich gesprochen habe. Weil sonst würde ich das jetzt gar nicht erzählen. Weil es können ja Cutscenes sogar so im Video, äh im Aufzug auftreten. Das wäre ziemlich scheiße, wenn ich dann einen Teil verpasse. So, weiter, 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 weiter. Scheiß Kisten. Scheiß Notausgang. Scheiß Licht. Scheiß Blutraum. Scheiß Nebel. Scheiß Monoel. Was liegt da? Scheiß Aschenbecher. Scheiß Kippen. Ich habe keinen Bock mehr. Endgegner hat mir die ganze Stimmung heute versorgt. Aha, ich sag schon wieder Endgegner. Er ist nur ein Boss. Keine Angst, ist nicht vorbei. Nur das Kapitel. Kapitel G6. Gefahr für die Umwelt. Vortritt speichern. Ja. So, hier werde ich Ende machen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folgen haben euch trotz Tod gefallen. Ja, ich sag mal besser, trotz Tode. Waren, glaube ich, drei oder vier. Finde ich sehr schade. Aber stand ja auch auf schwer. Ich spiele zum ersten Mal auf schwer. Ob das jetzt eine wirkliche Ausrede ist, weiß ich nicht. Weil es ist schon zu lange her, um jetzt direkt den Unterschied zwischen Mittel und Schwer zu sagen. Also, ich bedanke mich nochmal. Morgen gibt es keine Folgen.